Ich bin gespannt, was Gifte Vogel zeigen kann. Letzter Versuch für ihn. Wow, das war ein super Versuch. Das scheint über die 18 Meter gewesen zu sein. Und somit hat er auf jeden Fall geliefert. War es 18.0 oder 18.15? Aus unserer Perspektive nicht zu sehen. 18.20 und somit ist er in Führung gegangen. Wow!